Hallo und herzlich willkommen zurück bei Claudia das Löschboot. Wir müssen das Löschboot zu klauen. Zeit um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Genau. Das ist unsere nächste Aufgabe hier. Okay. So was nicht. Dynamit. Okay. Ja, 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 okay. Manchmal, also manche, ähm, manchmal weißt du schon, wenn du irgendwas nicht kaputt kriegst, liegt es daran, dass du dann was holen musst. Wie hier zum Beispiel mit der Eisbox. Da muss, da muss, ein Ventil ist da drin. Okay, das Ventil schnappen wir uns und bringen wir hier an. Und kommen wir uns mal da hoch. Okay. Und jetzt springen wir hier rüber. Bringen wir hier da rüber. Und da hoch. Und dann? Da rüber, wa? Da rüber. Und sprung. Nein. Okay. Wisst ihr bescheuert. Wir müssen mal anscheinend erst den Ventilator irgendwie ausmachen. Die Ventilatoren irgendwie. Hopp, ich muss da ran. Gut, 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 gut. Okay, hier kriegen wir eine Farbe. Haben wir oben irgendwo so einen Farbwechsler gehabt? Wo war denn der Farbwechsler? Wo war der Farbwechsler? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir gehen da schön der Reihe nach. Dann werden wir schon zum Ziel kommen. Diesmal haben wir es richtig gemacht. Nicht wie wir das letzte Mal, wenn wir völlig versagt haben. Okay, hier haben wir ein Dynamit. Dynamite. Und hier ist Dynamit. Und das kommt. Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt probieren wir mal aus. Haben wir jetzt das Dynamit noch? Ich riskiere es einfach mal und überlege mal, ob ich das Dynamit jetzt noch habe. Ja, ich habe es noch. Das ist gut zu wissen. Oh, weg. So, und hier haben wir jetzt nämlich auch... Ne, nicht kaputt machen. Wir brauchen die Farbe nämlich. Also nicht, dass ich es kaputt machen könnte. War hier drüben jetzt eigentlich irgendwas, was wir nicht kaputt machen könnten? Ne, jetzt muss ich noch das Wasser. So. So, jetzt geht nämlich das nächste aus. Wie gedacht. Aber hier sagt er mir, ich muss das Huhn benutzen. Das ist ja auch lustig. Jetzt will ich noch mal probieren. Können wir die Dinger hier irgendwie kaputt machen? Macht die der Feuerwehrmann kaputt? Ja, die kann ich hier löschen. Die Dinger hier kann ich löschen. Oh, jetzt bin ich ein Legos-Liebe. Jawohl. Ich habe es doch geahnt, ey. Ich habe bestimmt oben einen nicht ausgemacht, gell? Naja, immerhin zwei von dreien. Immerhin das. Äh, ja, oh, nach oben musste ich wieder. Nach oben, nach oben, nach oben. Kurbild. Moment, ich muss jetzt hier mal schön wegziehen. Auf Kollegen. Springer. Wuhu. So, wechseln auf den Farmer. Achso. Ja, ich weiß, dass ich da lang muss. Das musst du mir nicht sagen. Hey, Chase, hier drüben. Was machen die da drüben? Die sitzen fest oder hier? Wie seid ihr hier reingekommen? Äh, geschwommen. Erst geschwommen. Ich habe die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Wir müssen in den Hühner gleiten, brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Warte. Oh. Nochmal jetzt mal die Tür hier auf. Genau. Und dann haben wir doch noch das dritte Ding hier zum Löschen. Das machen wir jetzt nämlich auch. Gut. Da war die Polizei. Ey, wir haben glaube ich noch in keiner, in keinem Level hier, haben wir es geschafft hier alle, alle diese Dinge hier, die Polizei marken halt zusammen, oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben. Aber hier, guck mal, das passt doch. Und zwar eine Springer-Chance. 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 Wuhu. So, was mache ich hier? Hier ist das Obo. Okay, das sagt mir, wo ich lang muss. Ich glaube, von diesen Dingern, nee. Ich dachte, da gibt es auch eine Quest hier. Eins von zehn, oder so. Ähm. Wir müssen noch garantiert hier irgendwie was mit dem Unfeuerbedingst machen. Ah ja, okay. Jetzt haben wir es jetzt so weit eigentlich schon gemacht. Aber das mit dem, mit dem Paddeln. Was liegt denn der jetzt da? Nee, nicht rückwärts. Vorwärts. Lalalala. Lalalala. Bäh, eine Plörre, du. Jawohl. Schon zurückgepaddelt hier. Und nach vorne gepaddelt. Na ja, da müssen wir auch. Und jetzt können wir die Jungs hier rausholen. Beziehungsweise reinlassen. Wie auch immer. Der Boss wollte, dass du die Wasserkanone bemannst. Kann ich bemannen. Wo ist er denn? Da vorne. Jetzt komm aufs Boot. Wir müssen hier weg. Ich bin auf dem Boot. Wo muss ich denn hin? Hier. Da muss ich hinfüllen. Okay. Ich fülle hier mal voll. Damit das Tor aufgeht. Na gut. Okay. Raus hier. Und jetzt? Ja. Haben wir es ja geschafft. Ich war gerade aber noch vorne gesessen, Jungs. Na egal. Steuern? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Macht gar nichts. Siehst du? Na dann lass die Flossen da fallen. Zum Glück bin ich nicht seekrank. Ihr Spezialauftrag. Überwachtes, am besten Level abgeschlossen. Freischief, freigeschaltet. Das war's eingesammelt. Das war's im Kostüm. Genau, der Feuerwehrmann. Das war drei von die Teilmarken. Teilnahme gesammelt. Wo es jetzt das vierte war. Fragt mich. Genau. Wir haben Charlotte freigespielt. Außerdem brauchen wir auch noch den Busfahrer und den Paparazzo. Auf dem Weg dahin. Und wir haben auch noch einen goldenen Stein. Zwei. Fehlen uns ja nur noch 400 noch was. Okay. Story fortsetzen. So, mal gespannt, was jetzt erwartet. Vielleicht müssen wir jetzt das Boot, das Boot müssen wir ja auch abliefern. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wieder eine Verfolgungsjagd vor uns haben oder was da auf uns zu kommt. Lassen wir uns mal überraschen. Jo, wir müssen mal schauen, was wir jetzt als nächstes zu tun bekommen. Okay. Ah ja, da waren wir schon mal. Hier unten. Oh ja. Da haben wir noch mal eine Bootsübergabe. Hey, gut gemacht, Chasey. Nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertraue dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Servus. Okay, und ich darf einfach nur das Boot hier nehmen. Jetzt muss ich dir nur noch zu Rex Fury folgen. Was soll dabei schon schief gehen? Ich hab dir mit meinem Dad doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte? Ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Ähm... Wie? Ich habe damit nichts zu tun. Tut mir leid, Natalia, aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Hä? Wie sehen die denn aus? Äh... Na ja. Echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge. Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und... ...einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Oh, Mann, die Frau. Echt? Schon wieder? Woher komme ich denn da hoch? Na ja, gut. Da muss ich mich jetzt mal doch mal um Natalia kümmern. Boah. Ne, leider hat auch das Boot kein Turbo. Weil wir beeilen uns. Die Frau ist immer nur in Schwierigkeit. Uhhh. Tchuuu. Gut. Wollen wir mal schauen, wie wir jetzt nicht mehr... Oh, haha, geil. Voll der Ballon da oben. Anlegen. Rauschen. Wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Hä? Ach, da oben ist das Krankenhaus. Entschuldigung. Naja. Da hoch? Da sind wir schon so oft vorbeigefahren, hier im Krankenhaus. Ohne nach links und rechts zu schauen, ne? Einfach mal rüber. Entschuldigung. Polizeieinsatz. Wo jetzt? Da drüben? Ei, ei, ei. Das Ganze wird ja immer schlimmer. Oh. Ei, ei, ei. Hilfe! Hilfe! Wie kommt die Frau da auf den höchsten Dings? Was ist da? Wie hat sie das nur wieder geschafft? Aber gut, wir wollen sie mal... Achtung. Moment. Moment, 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 Moment. Ne, das machen wir jetzt nicht. Ne, jetzt wollte ich... Für einen Moment habe ich überlegt... Ähm... Hier drüben mal schnell hier dieses Dings umzuschauen. Komm, jetzt löschen wir aber auch das ganze Feuer hier. Damit wir hier... auch ordentliche Arbeit machen. Ihr wollt doch keinen Feuerwehrmann angreifen, Mann! Hey! Aufs Knie gelegt! Oh, sie... Uah! Oh! Oh! Aufs Knie gelegt! Oh! 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 Mann, sind genug jetzt hier. Im Rumschmeißen bin ich ganz gut, aber ich würde ihn ja gerne mal... Na, komm her! Zack! Jetzt hab ich ihn aber Ach, endlich So, nehmen wir aber auch alles mit hier So, jetzt kommen wir Oh nee, jetzt was wollte ich nehmen haben Wollt's kaputt klopfen eigentlich Oder muss ich's schieben? Muss ich damit machen Keine Ahnung Ich muss auf jeden Fall hier den Safe veröffnen Da ist die Chipkarte drin Für das Ding ist hier Damit komm ich hier rein Oh Äh, okay, das war hier Oh Mann, ich hätte hier heute gar nicht lang gemusst Nee, ich kann Rollstuhl fahren Wie kann's das? Oh nein Wo muss ich denn hin? Sag mir mal jemand, wo ich lang muss Denn ich weiß es nicht Ach ja Oh, ich muss da hoch Nee, muss ich da wirklich hoch? Ich glaub, da muss ich gar nicht hoch Das hab ich grad nur entdeckt hier Weil Wo hab ich denn Ziel gefunden? Frau Renate Nein, die Chirurgin Oh yes Da muss ich doch gar nicht lang hier, oder? Hä? War ich hier schon mal? Äh, ich weiß es nicht Oh Jungs und Mädels Wo muss ich denn lang? Ich muss da hoch Ja, wie komm ich denn da hoch? Da oben komm ich irgendwie lang Da ist ein Stein Okay Okay, ich seh schon Ich seh schon Ja, okay Äh, ich muss doch da vorne lang Nicht? Weil ich muss da irgendwie hochkommen Ah Okay, muss ich doch mal hier Hier Der Spur folgen Die aber sonst irgendwo hinführt Und nirgendwo dahin, wo Wo mir das weiterhilft Super Voll die hektische Musik Und ich finde nicht die richtige Spur Das Folge ich hier irgendeiner Spur Ähm Wieder zu dieser komischen Eisbox Na, so einen alten Stein gefunden Aber Nichts da, wo ich hin muss Wo muss ich hin? Heyho, where to go In den Aufzug Ach, das ist so ein Aufzug, oder? Ach, meine Güte Aufzug Auf die Bärne und Truff Offenhintern Ach, warum hab ich diesen Aufzug nicht gesehen? Da komm ich nur von drinnen raus? Was ist denn das? Okay, 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 okay Ah, Feuer! Das Krankenhaus, also all die Großbrände Okay Dynamit, dynamit Einmal Dynamit, bitte Und drinnen das Ding Und in Deckung gehen Wohl Noch mehr Feuer Ei, 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 hier brennt's überall, du Können wir den Schlitt nicht kaputt machen? Nö, okay Gehen, müssen wir das Feuer löschen Oh Mann Die Musik macht einen aber auch selber hektisch hier Das ist irgendwie so Keine Ahnung Ach, komm ich jetzt noch da drüben raus? Oh, Feuer Äh, Feuer Ich meinte natürlich Strom Ah, der Knopf ist aber gesperrt hier Na gut, dann muss ich mir mal hier die Pflanze zusammenbauen Und dann mal schnell zum Gärtner wechseln Zum Farmer Macht das Und roch die Pflanze Jawohl Haua! Jawohl, special move! Das Feuer. Muss ich vergessen? Wo muss ich denn da hinten? Ich muss doch irgendwo da hinten runterspringen. Hm, das ist nicht so fast. Hier rüber? Nein, nicht runter! Noch, Menno! Wieso? Nein, darüber muss ich! Oh! Was wollt ihr von mir? Kommt her! Jawohl! Ich kann mal einen runterwerfen hier. Kann ich das Huhn werfen? Ah, ich weiß, wo ich hinkomme! Ich weiß, wo ich hinkomme! Hm! Ich weiß es! Äh, ich weiß es! Ich weiß es immer noch! Okay, da muss ich jetzt runter. Oh, Mann! Ist das furchtbar spannend! Immer wenn es so spannend wird, gibt es in Filmen oder in Serien gibt es dann so Cliffhanger, wo es dann heißt. Vielen Dank fürs Zuschauen! To be continued! Next time!